Heute zeige ich dir fünf effektive Tricks, mit denen deine Reverbs sofort aufregender klingen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Reverb ist ein absolut essentieller Effekt in der Musikproduktion. Mit ihm kannst du Elemente größer darstellen, als sie eigentlich sind und für die nötige Tiefenstaffelung sorgen. Dennoch finde ich, dass viele Produzenten ihre Reverbs viel kreativer einsetzen könnten. Reverb ist für mich nicht nur irgendwie eine Hallfahne, eine Gesangsphrase oder eine Instrumentalfrase zu machen. Reverb kann so viel mehr. Ja, insbesondere spannend wird es, wenn du das Reverb mit einem anderen Effekt kombinierst. Und deswegen zeige ich dir jetzt fünf effektive Tricks, mit denen deine Hallfahnen sofort interessanter klingen. Wir legen los mit Tipp Nummer 1. Und das ist der Reverse Reverb Trick. Diesen Trick hast du vielleicht schon mal in abgewandelter Form gesehen, indem du zum Beispiel von einer Gesangsphrase das erste Wort rumdrehst und rückwärts ablaufen lässt und mit einer langen Hallfahne versiehst und diese dann einfädest. In diesem Trick machen wir es jetzt aber so, dass wir die komplette Phrase rückwärts abspielen lassen und mit Hall versehen. Wir hören mal ganz kurz rein. Als erstes drehen wir jetzt die Hallfahne hier rum. Und zwar machen wir das in Logic ganz einfach über rückwärts. In deiner DAW musst du schauen, wie das geht. Und dann klingt die Sache hier so. Jetzt versehen wir diese Phrase hier mit Hall. Ich habe hier mal ein geliebtes Chroma-Verb geladen, eine Decay-Zeit von 1,3 Sekunden eingestellt. Da musst du jetzt so ein bisschen rumspielen, dass es am Ende passt. Das kommt ein bisschen auf den Song an, auf die Geschwindigkeit und auch, was für Worte er singt, die Rhythmik, die er singt. Für mich hat es jetzt so ganz gut gepasst und dann klingt das so. Als nächstes bounce du jetzt diese Phrase, die rückwärts abläuft und mit Hall versehen ist, direkt auf deine Festplatte. Das mache ich jetzt hier. Ganz wichtig ist hier Audioausklang in Region einschließen, zumindest bei Logic. Und jetzt habe ich genau das gleiche hier, nur dass das Reverb hier schon reingeschrieben ist. Alles, was du jetzt so machen musst, ist diese Phrase wieder rumzudrehen, dass sie praktisch wieder vorwärts abläuft. Und dann hörst du diesen spannenden Effekt. Tipp Nummer 2 dürfte den wenigsten bekannt sein. Wir setzen jetzt ein Distortion Plug-in nach dem Reverb ein. Das eignet sich besonders für große, knallige und bösartige Snare Drums. Für dieses Beispiel habe ich mir hier eine Drummerspur angelegt und mit Hall versehen, mit dem Space Design in diesem Fall. Und die klingt dann so. Das klingt jetzt schon mal gar nicht schlecht. Wenn du die Snare Drum aber noch brutaler haben willst, noch fieser haben möchtest, dann kannst du ein Distortion Plug-in hinter den Hall laden. Du siehst hier also, ich habe hier Snare Drum Top und Snare Drum Bottom. Die sende ich anteilig auf Bus Nummer 5 und hier ist mein Reverb. Und jetzt habe ich danach einfach ein Distortion Plug-in reingeladen. Und da kannst du jetzt ein bisschen rumspielen damit, hier mit dem Tone. Das heißt, wo die Distortion greift, in welchem Frequenzbereich. Und kannst somit den Klang der Snare Drum maßgeblich beeinflussen. Ich schalte das Distortion Plug-in jetzt mal zu, wenn es läuft und du wirst sofort den Effekt hören. Mit dieser Technik kannst du dir eine durchsetzungsfähige Snare bauen, die garantiert durch den Mix sticht. Kommen wir zu Tipp Nummer 3 und das ist mein persönlicher Favorit. Jetzt setzen wir Modulationseffekte ein, um unserer Hallfahne das gewisse Etwas zu verleihen. Wir benutzen dafür aber keine Plug-ins, sondern borgen uns die Tretminen unseres Gitarristen. Ich habe hier schon mal ein paar Stompboxes vorbereitet, die wir gleich einsetzen werden. Besonders gut kommen solche Modulationseffekte auf cleane Gitarren oder eben auf Vocals. Wir fangen an mit Chorus. Auch diese Effekte lade ich jetzt wieder nach dem Hall. Ich habe hier wieder das Chroma-Verb und danach habe ich dieses Paddleboard geladen. Das heißt also nicht, die Originalstimme wird beeinflusst mit diesen Modulationseffekten, sondern nur der Hall. Wir fangen an mit Chorus. Noch ungewöhnlicher kannst du deine Hallfahne mit einem Phaser manipulieren. Möchtest du deiner Hallfahne mehr Artefakte hinzufügen und die Manipulation deutlicher erscheinen lassen, kannst du einen Flanger einsetzen. Das war jetzt vielleicht übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Sehr interessant ist es auch, ein Tremolo oder ein Vibrator auf den Hall einzusetzen. Hier klingt der Hall etwas abgehackt oder wabert zumindest ein bisschen im Hintergrund herum. Übrigens, falls du dich noch unsicher fühlst beim Einstellen eines Reverb Plugins, falls der Hall für dich noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist, dann empfehle ich dir mein PDF 5 Hall-Parameter. Da zeige ich dir die 5 wichtigsten Parameter, die du unbedingt kennen solltest, wenn du deinen Hall perfekt einstellen möchtest. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen und jetzt geht es weiter mit Tipp Nummer 4. Für den gehen wir über 30 Jahre zurück in die goldene Ära der 80er und reproduzieren den Drum Sound, den du auf unzähligen Hits dieser Ära gehört hast. Das Gated Reverb. Für unseren Gated Reverb-Effekt setzen wir, wie der Name auch schon sagt, ein Gate direkt nach dem Hall ein. Der sitzt also hier auf Bus 2. Ich mache es mal auf. Und hauptsächlich wichtig ist jetzt hier eine eher längere Attack-Zeit, eine eher kürzere Release-Zeit und die Threshold, um einzustellen, wann der Effekt greift. Ich versuche es jetzt mal direkt einzustellen. Der Hall ist schon an. Überholt kannst du einstellen, wie lange der Hall nach jedem Schlag nachklingt, bis er über das Gate gestoppt wird. Also entweder länger oder kürzer, das ist Geschmackssache. Mit Reverb kannst du deine Vocals wirklich riesengroß erscheinen lassen. Und gerade in modernen Pop-Produktionen oder auch in vielen Schlager-Produktionen scheint die Hall-Fahne manchmal ewig lang endlos auszuklingen. Das Problem hierbei ist, dass es sein kann, dass der Hall so lang ist, dass du gar nicht mehr hören kannst, was der Sänger eigentlich singt, dass der Sänger oder diese Sängerin sozusagen in der Hall-Fahne absäuft. Und um das zu vermeiden, gibt es einen einfachen Trick und den zeige ich dir jetzt in Tipp Nummer 5. Hören wir zunächst nochmal in unser Gesangsbeispiel rein, auf dem eine sehr, sehr lange Hall-Fahne von 3,2 Sekunden zu hören ist. Die Hall-Fahne klingt jetzt eigentlich ganz gut. So eine lange Hall-Fahne passt hier auch, weil er viele Pausen hat. Das Problem ist jetzt nur, dass die Hall-Fahne so lang nachklingt, dass sie in die Phrase, die der Sänger als nächstes singt, hineinklingt. Und dadurch verschwimmt diese ganze Gesangs-Performance. Die Sprachverständlichkeit wird schlechter und das ist nicht gut. Und deswegen bedienen wir uns jetzt der Technik des Duckings oder des Side-Chanings. Wir setzen einen Kompressor hinter dem Hall ein und ducken ihn, beziehungsweise drücken ihn dann runter, wenn der Sänger singt und lassen ihn wieder lauter werden, wenn der Sänger eine Pause macht. Das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich nehme hier einen Kompressor von Logic. Und um diesen zu Side-Chanen kann ich jetzt hier in Logic direkt auf Side-Chanen gehen. Und mein Gesang ist hier auf Spur Nummer 1. Da schalte ich ein. In anderen DRWs geht es nicht so einfach. Dazu musst du dir erst einen extra auxiliary-channel anlegen und den Kompressor dann da drauf laden. Das ist der Vorteil hier in Logic. Ich kann das direkt im Plug-in hier machen. Als nächstes schalte ich hier mal die Grundeinstellungen aus. Wir machen die Release-Zeit ein kleines bisschen länger und stellen die Ratio auf ca. 3 zu 1 ein. Und jetzt fahre ich die Threshold so lange runter, bis ich höre, dass der Hall weggedrückt wird, wenn der Sänger singt. Ich habe jetzt sehr stark übertrieben. Jetzt klingt es natürlich nicht mehr gut, aber es geht darum, dass du das Prinzip verstehst. Du hörst jetzt also, wenn der Sänger singt, hörst du praktisch keinen Hall. Und wenn der Sänger seine Pause hat, kommt der Hall zurück. Über Attack und Release kannst du jetzt festlegen, wie natürlich das geschieht. Jetzt klingt es natürlich ein bisschen komisch. Und wenn ich zum Beispiel jetzt die Release-Zeit sehr, sehr kurz mache, kommt der Hall sehr, sehr unnatürlich und sehr, sehr schnell zurück, was auch seltsam klingt. Das gehört jetzt, als ich die Release-Zeit nach oben gedreht habe, kommt der Hall sehr, sehr viel natürlicher zurück. Also hier musst du mit diesen beiden Einstellungen ein bisschen rumprobieren, bis du ein Ergebnis hast, das natürlich klingt. Jetzt ist es natürlich auch noch so, dass der Hall zu extrem weggedrückt wird, wenn der Sänger singt und das klingt auch nicht mehr gut. Deswegen fahre ich jetzt die Threshold wieder ein bisschen zurück, um ein natürliches, gutes Ergebnis zu bekommen. Mit diesen Einstellungen gefällt es mir jetzt ganz gut und der Gesang, er säuft nicht mehr komplett in der Hallfahne. Hast du diese fünf Techniken alle gekannt und vielleicht auch schon angewandt oder habe ich vielleicht eine wichtige Technik vergessen? Dann schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du dich immer noch unsicher fühlst beim Einstellen eines Hallgeräts, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich dir von A bis Z, wie du ein Reverb Plug-In komplett so einstellst, dass es für deine Produktion am besten klingt. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Bis dann!